Und da sind wir wieder. Yay. Yay. Hüpf, hüpf. So, komm, wir probieren es nochmal da unten. Ja, genau, gute Idee. Ob wir die Jungs da erschießen können. Irgendwie rennt das Spiel bei mir gerade nicht so smooth. Es hat nur 40 Frames. Hast du Battlefield noch an? Das ist echt eine total interessante Frage. Das ist eine total interessante Frage. Hab ich Battlefield noch an? Bestimmt allen möglichen Scheiß an. Aber jetzt müsste es eigentlich gehen. Warte mal ganz kurz. Ich unterbreche mal ganz kurz die Aufnahme. Ach Gott. Das ist ja ein Katastrophen-LP hier. Das machen wir mal aus. Das machen wir mal aus. Das machen wir mal aus. Oh, kann man die Vögel abschießen? Ich starte die Aufnahme. Ups, Moment. Starte die Aufnahme wieder. Und wieder da. Dann greift der mich sogar an. Ist ja ulkig. Ey, das läuft jetzt echt total viel besser. Obwohl ich eigentlich nur den Browser von Battlefield 3 ausgemacht habe. Uah, Aua. Das war vielleicht gar nicht so eine gute Idee auf die Vögel zu schießen. Ne, vielleicht nicht. Aua. Au. Okay. Da vorne ging es ein bisschen ab, ne? Weiß ich mal. Super nicht. Der greift mich an, wenn du ihn... Ich glaube, es geht los. Okay, yeah. Der ist hinüber. Greifen die jetzt alle an? Irgendwie ja. Die lassen Geld fallen. Ja, tatsächlich. Warum ist das denn her? Vielleicht hättest du ja echt nicht machen sollen. Ne. Okay. Nicht zwangsläufig. Zählen unsere XP mal zusammen? Ich sehe auch die, die du erschießt. Keine Ahnung. Kann das sein? Weiß ich nicht. So, dann können wir mal hier gucken. Kann sein. So, ich schleiche die Tür. Wo bist du denn hingelaufen? Ich stehe irgendwie hier hinten auf so einem Ding. Ey, der rennt mich hier... Der rennt mich hier fast um. Ich glaube, es geht los. Hör mal auf. Wer denn? Ach, so ein Typ. Die greifen mich hier an, hier. Ich bin irgendwie einen ganz anderen Weg gegangen. Ich treffe hier... Ich treffe hier nicht um mein Leben zu retten, ne? Mit Schein mache ich irgendwie... Da würde ich keinen Schaden machen oder so. Hier, du könntest mich vielleicht mal wieder beleben, ne? Ne, kannst du nicht. Ne, kann ich nicht. Kann ich doch. Oh, jetzt bist du weg. Jetzt bist du zu spät, ne? Jetzt kostet mich doch jetzt schon wieder Kohle. Ach, das bisschen. Bin hier wieder auf deinem Berg gelandet. Auf dem Lügnerberg. Ah, hier sind Fässer auf die man schießen kann. Dann explodiert ganz viel drumherum. Und ich muss mal hier... Ist ja hübsch. Schluck ihn. Es blitzt. Was schlürfen? Bestimmt Donalds auch bald. Ist doch fein. So. Ich glaube, ich habe alle erschossen erst mal. Lame. Kohle. Hier meine neue Fenster. Wir müssen eigentlich da hinten hin viel weiter, wenn ich das richtig sehe. Äh, ja. Das kann sein. Aber vielleicht müssen wir dafür da durch. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht gehen wir einfach... Ja, ich habe geschossen einfach. Achso. Und dann mache ich sowas einfach. Dann gehen wir mal da hin einfach. Wir sollen noch den Fahrstuhl benutzen, oder? Was hat er doch gesagt? Ja, ja. Wir sollen noch irgendwo hin und den Fahrstuhl benutzen. Ist ja ein Ding. Hast du geschossen gerade einfach? Nee. Was war wer anders? Mein Gott, mache ich wenig Schaden, ey. Das ist echt... Das ist nicht zum Aushalten. Na. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Muss mal irgendwie... Oh, ich habe ja noch... Ich habe ja noch massig... Massig Leben. Ich nicht so. Nee, du kannst mal ganz kurz warten. Oh, du bist ja... Du lebst ja noch. Ja, ja. Ich habe mich wiederbelebt. Ist ein abgeknallt. Sehr schön. Ist irgendwie Health-mäßig was mit... Was an dir? Guck mal, ich kann hier... Aha. Die spinnen doch alle. Find the fuse. Aber sowas von. Da hinten dann, vermute ich. Was ist denn da los? Das Stromlose. Ja, aber wie? Oh, das Gewitter kommt glaube ich näher. Ja, ich sehe auch die XP, die du sammelst. Vielleicht kriege ich die auch selber. Du hast auch wahrscheinlich eben Level bekommen, oder? Ja, habe ich. Dann kriegen wir die wirklich gemeinsam, Sir. Dann leveln wir auch zusammen. Ich habe einfach keine... Ach, was ist das denn? Verdammt. So. Beschießt du mir den Killen und ich, äh... 100 XP hat das gegeben für mich. Weil ich noch ein bisschen Health rum für den Ernstfall. Boah, der Ernstfall tritt ein. Alter, ich ziehe dem überhaupt nichts ab. Ja, wir machen echt, äh, kaum Schaden. Wir müssen jetzt glaube ich mal ein bisschen leveln. Also wir haben ja Level abbekommen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich... Wir könnten wahrscheinlich auch was skinnen. Das kann sein, ja. Alter, wo sind die denn? Ich sehe gar keinen, auf den ich schießen kann. Ich bin wieder... Ich bin wieder am Ende hier. Ja, ja. Oben. Von oben kommt das. Ach. Ach. Den treffe ich nicht. Ich muss dich jetzt erstmal... Ich versuche dich jetzt mal wieder zu beleben, und zwar ganz ernsthaft. Ups. Hahaha. Du Arschgeige. Kommst da einfach angerannt. Als wär's nix, ne? Als wär's nix. Ah, Mann. Ja, und du stirbst halt mal wieder. Keep calm. Der... Kann ja auch nix machen. Vielleicht ist das einfach dein Hobby. Vielleicht bist du der Sterber von uns. Ja, ja. Moment. Du musst jetzt gerade mal selber laufen hier. Von wo kommen die denn überall, Alter? Ja. Das ist halt zum Kotzen. Wir müssen uns vielleicht mal ein bisschen strategischer positionieren und sie kommen lassen. Ach. So, da oben ist ja einer hier, da. Ist das schön. Oooooooh. Kein Problem, kein Problem. Alles gut. Wow, wie viel XP das bringt, ne? Kannst du noch ein paar mal abnippeln, vielleicht? Geht das irgendwie? Ja, bestimmt. Denke ich auch. So eine leichteste Übung. Ich hab eine Fuse. Da stehst du aber noch wieder Held da, ne? Oh, guck mal hier. Scheißhaus. Oh, ich müsste aussetzen. Und ich habe irgendwas. Ein Shield-Display-Modul. Habe ich jetzt ein Shield? Hutrate-Shield. Hm. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Wollen wir kurz hier reingucken. Inventory. Gibt es ja bestimmt noch viel mehr zu euch zum Aufsammeln und so. Backpack. Ich habe doch hier eine Waffe eingesammelt. Angry rifle. Was ist das denn? Hä? So. Ach so. Damage 15 zu 26. Accuracy 85 zu 92. Firerate 11 zu 16. Reload Speed. Wo habe ich das denn her? Das Gewehr. Ach guck mal. Ach 10. Das ist ja gut. Habe ich denn irgendwo so ein Health-Ding irgendwie? Was ist denn das hier alles? Ich weiß das doch nicht, du. Ich weiß das doch nicht. Skill-Points habe ich null, sagt er. Echt? Wieso das denn? Keine Ahnung. So. Cutrate-Shield. Das kann ich dir nicht sagen. 10. Uh. Cutrate-Shield. Muss ich ja aussammeln hier. Zack. So. Das kann ich dir nicht sagen. Equipped. Recharge-Rate. Capacity 100. 13. 17. Das ist irgendwo was, wo man Hilfe kaufen kann. Nehmen hier. Ja genau. So. Na gut, egal. Oho. So. 13. So. Das ist... Das ist erstmal egal. Ich weiß nicht, ob ich das verstanden habe, aber ich tue einfach erstmal so. Wo bist du denn? Hase? Das war vielleicht auch nicht so klug. Oh, die ist aber wesentlich stärker hier, die Kanone. Ja, hast du auch mal nach den Werten geguckt, oder? Was habe ich? Hast du dir die Werte auch mal angeguckt, oder? Glaubst du, dass... Was war das denn? Der hat irgendwas nach dir geworfen. Ach, das ist immer mehr. Nach mir auch. Oh. Jetzt hat er irgendwie nach mir geschlagen. Ah, helf. Gib das. Gib das her. Hier ist auch noch ne Kiste. Ja, nimmst du dir doch einfach. Und der fragt mich gar nicht, ob ich vielleicht auch was haben muss. Nein, nein. Oh, das ist allerdings auch ne Weile zum Nachladen, ne? So, wo kommen die ganzen Viecher her? Werden die hier gebaut, oder was? Ich weiß nicht, die standen hier so rum. Das muss irgendwo ein Nest sein, glaub ich. Ah, da sind überall die ganzen Löcher in der Wand, ne? Ja. Und da ist ein Pfeil in der Wand. Ist das der Fahrstuhl? Könnte sein. Oder so ein Southern Sheriff Bay. Ach ne, Travel, da kann man... Ne, machen wir noch nicht. Ne, glaub... Oh, scheiße. Ich hab drauf gedrückt. Machen wir doch. Ich weiß nicht noch, warum wir das machen. Wollen wir das machen? Mal eine Kresse entgegennehmen. Oh, jetzt donnert es hier schon richtig schwer. Oha. Geht's heute, glaub ich, sofort los. Da vorne sprang schon was. Es kann ja durchaus sein, dass hier die Gegner viel zu stark sind für uns noch. Ja, um sowas müssen wir uns vielleicht mal kümmern. Level 5. Hast du da? Ach so, hat der Gegner. Ja. Oh, oh. Das sind gleich sehr viele. Da konntest du es auch nicht lassen, ne? Ne, das musste ich schon machen. Aber die kriegen bestimmt platt. Irgendwie. Den hab ich schon mal platt gemacht. Mhm. Oh, meine Waffe macht doch jetzt ein bisschen Schaden, muss ich sagen. Ja, ja. Wäre schön, wenn ich da irgendwie noch ein bisschen mehr rausholen könnte, aber... Ja, weißt du, wenn du mir mit der Fresse genau auf mich zu rennst, ne? Dann brauchst du echt dich nicht wundern, dass ich sie treffe. Dann gibt's halt nur einen kritischen Treffer nach dem anderen. Ja, haben jetzt viele von den Blödmännern erschossen. Ja. Haben wir doch gut gemacht, oder? Ganz gut hingekriegt. Wir sind doch bald selbst Level 5 hier. Mhm. Alter, Level 5. Wie krass ist das denn? So weit bin ich bei Diablo nie gekommen. Level 5. Da kann man ja quasi schon... ... schon richtig was killen. Naja. Naja. Wie viele Level gibt's denn hier? Das ist die große Frage, ne? 5. Ja, genau. Wir sind fertig. Es ist doch quasi durchgespielt jetzt. Ich zieh mal den Hebel. Mach das mal. Soll ich nochmal einen Hebel ziehen? Ja, wahrscheinlich. So. Tschüss. Kannst du auch einen Hebel ziehen? Ja, aber... ... weiß ich nicht, ob ich das mache. Naja, gut. Dann schieß ich nochmal auf Vögel. Nee, lass es mal. Komm hier. Ich hab den Hebel gezogen. Oh, da hinten läuft noch einer. Ach, hier ist ja sogar ein Vogel... ... äh, ein Hebel auf den Dingern oben drauf. Wo läuft noch was? Da hinten. So ein... So ein... ...Omi-Nok oder was, wie die heißen? Zwei. Drei. Die Stütte kommt auch. Läuft die durchs Wasser, Kollegen? Nee, die werfen dann. Oh, immer diese scheiß Hooligans, ne? Ehrlich. So, komm. Ach, er... Ups. Ja, der hat mich erwischt. Ja, der hat mich erwischt. Ja, der hat mich erwischt. Ach, er hat mich getroffen mit seinem Stein. Und der hier hinten wirft immer schön gegen den, äh... Ja, ja. Gegen den Pfeiler, ne? Ups. Ich hab keine Ahnung. Keine Wunden mehr. Ja, ich gleich auch nicht mehr. Ich gleich auch nicht mehr, wenn das hier so weitergeht. So. So, der ist ja hinüber. Wollen wir mal gucken, ob sie was fein gelassen haben. Ach, hier ist schon wieder so'n Ding. Ah, hier kannst du wieder 5 Euro für'n Fernglas ausgeben. 5 Dollar mein' ich. Ja, wir haben ja... Wir haben das ja, das Geld. Geld, 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 Geld. Ich muss mal kurz ein bisschen was einsammeln hier. Hier. Oh nein. Und dabei hab' ich, äh... Hier ist ne neue Waffe. Okay. Die will ich nicht. Wieso nicht? Weiß ich nicht. Sieht mir nicht fein genug aus. Ich glaub' nicht, dass ich damit auf den... Äh... ...auf den Festen, zu denen ich gehe, gut ankomme. Mhm. Zwinge? Oder... Nein, nein. Da werden schon wichtige Entscheidungen gefällt. Äh... Viel mehr darf ich nicht sagen, weißt du? Ja, ja. Was machst du da hinten? Ich hab'n hier hinten hingeladen und sterbe mal ganz kurz. Ich nippel hier mal eben ab. Töte den doch mal. Ja, ich... Ganz vergessen, dass man im Tod auch noch, äh... So'n gewalttätiger Krieger ist. Was sind das für'n Viech? Ist das auch so einer? Ja, ja. Slinger hieß der aber. Nichts.